Liebe Line-Dänzer, liebe Country-Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zum ersten großen Country-Party bei uns in Arnstadt. Ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich für die vielen Helder bedanken, bei der Family und Friends, die fleißig dekoriert haben, bei den vielen Line-Dänz-Frauen, die ganz leckeren Kuchen gebacken haben, den es später gibt. Und bei unserer lieben Sabine, die die tolle Tischdeckung angefertigt hat. Musik 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 Guten Tag, noch einmal. Ich spreche Deutsch, aber nur ein bisschen. Ich bin sehr froh, mit Ihnen zu sein heute. Und das ist mein erster Mal in Deutschland für das Worship. Und ich denke, alles super. Sehr gut. 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. See, it's very important to make a stung up. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Musik 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020